Jo wir sind hier in DayZ mit anderen Leuten, hey. Hallo. 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 Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem glaub ich. Hey User. Hey, hey. Hey. Also wir sind hier auf Hammer 2 Mod. DayZ. Das ist hier PvP Mann. Hier sind überall Gegner. Überall ja. Dahinten, dahinten ist eigentlich ein Gegner. Jaja. Da seht ihr ihn, da ist ein Gegner Mann. Okay. Okay. Hast du richtig gemacht. Knapp daneben. Knapp daneben. Jetzt kam einer mit einem falschen runter, unter dem Berg. So, ich muss auch kurz einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Ransrate, bla bla, Daisy. So. Gut. Ich hab ne geile Sniper auf jeden Fall dabei. Ist mir scheißegal, Alter. Hey! Hey, kannst du meine Waffe signieren? Tör, bitte! Warte, wir haben hier irgendwie zwei, die irgendwas nicht raffen. Was macht ihr denn hier? Der wird schon seit einer Viertelstunde... Töte doch mal! Ich hab keine Munition mehr. Los, töte es doch mal! Au! Das war ich! Mein Gott, ach, geht doch, ey. Auf jeden Fall wird das ein bisschen zusammenschneiden, das wird natürlich nicht ungeschnitten hochgeladen. Jaja, bei mir. Au! Bam! Der Zombie ist voll geheadshotted. Voll. Deswegen lebt er noch. Wie ist er mich tot? Von deinem geheadshotted. Mein Gott, stirbt doch! Ihr müsst auf den Kopf fielen! Was machst du denn mit dem Zombie, Alter? Da kommt direkt der Nächste. Probier das nochmal. Hier. Ja, hier. Ihr müsst das lernen. Auf den Kopf und schießen! Geht doch! Sehr schön. So, in der Stadt wird geschossen. Kerl-Gedanke, rein, go! Warte, Turmfeuerwehr, zweites Fenster. Geil, Marvin, perfekt. Hab ihn! Ich wollte gerade... Darf ich nicht auch mal, Leute? Hallo? Ich will die Sniper ausprobieren. Also mit den Metern Einstellungen, dass du nicht so drauf bist. Ich schätze immer. Ja, pass auf. Ich habe ein Entfernungsmesser. Also wenn du irgendwas wissen willst von deiner Position aus, dann komme ich zu dir, dann sage ich, wie viele Meter das entfernt ist. Und dann warte mal, wenn du die Sniper hast, lass uns mal eben, komm mal hier kurz zu diesem Gastank. Yo, yo. Willst du dir in die Luft gehen? Nein. Okay. Alles gut. It's a prank. Ja, ja, it's a prank. So, warte. Äh... Hier habe ich dir ein Ding ins Ding gelegt. Ein Entfernungsmesser. Und ich gehe jetzt mal Richtung Fire Station und gucke, was hinten los ist. Ja, ohne Witz, Alter. Das nervt. Ist so, ne? Lass uns die fix... Wo? Wo? Unteres Fenster. Unteres Fenster ist das ein Zombie. Damit kann man richtig gut arbeiten. Im Turm unteres Fenster. Fire Station. Das ist ein Zombie, Alter. Das ist ein Zombie, Alter. Ein Smartphone in der Hand. Okay. Cut. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Wer schießt denn hier wie ein Behinderteil? Ich würde so gerne deinen Headshot drücken. Ey. Ich bin so ein Typ, der schießt auch aus Versehen mal Kumpels ab. Ja, ja. Ich bin so ein Typ, der dreht sich aus Versehen mal um. Ja, Bleeding. Alter, ich muss hier schnell rein. Du bist wieder ein Mister, Nugget. Was hat denn den für eine Waffe? Weiß ich nicht. Ich geh grad hin. Ich brauch die Muni. Oh, hinter dir ist ein Zombie. Ja, dann knall ihn weg. Der ist richtig gefickt. Mein Gott, was war das? Hör man da. Hallo, kannst du mal... Was ist mit euch, ey? Du willst dich und meinen Aim mich noch beschweren? Digga, das ist ein Zombie, der direkt vor mir steht. Warte mal, standst du gerade da, als du geschossen hast? Ja. Von unten schießt irgendwas, Alter. Locker aus der Fire Station, Mann. Lach nicht. Untere Fire Station, meinst du? Ganz rechts von uns ist irgendwo ein Ding. Ja, warte, warte, warte. In der unteren Fire Station ist was los. Locker. Erstes Fenster, definitiv. Mehr sehe ich noch nicht. Du solltest mal mit der Sniper gucken, wie weit das entfernt ist, beziehungsweise mit dem Entfernungsmesser, damit wir das alles mal abchecken können. 62 Meter, wenn man es weckt war der. Wie geht mit den Zombies hier eigentlich, Alter? Geht mir richtig auf ihn her. Ist so, ne? Da ist einer hochgelaufen gewesen zum Schild und hat uns abgeschossen. Da, erste Fenster zielt auf uns. Ich bin tot. Von wo? Kannst du sagen, von wo? Ja, ja, auf der Hauptstraße kommt er. Kommt von der Hauptstraße an der Seite. Er rennt geradeaus zu meiner Leitung. Er ist ganz nah bei euch gewesen. Das ist beim Haus. Er ist tot. Ja, und hier habe ich nicht so die Reflexe gehabt, da irgendwas zu machen. Einer ist bei der Kirche. Das sehe ich von oben, von meinem Deck. Oh Gott, wurde angeschossen. Alter, das ist kein NPC-Helikopter. Das ist ein richtiger Helikopter. Verschwinde, Digga. Verschwinde. Oh, er war friend. Oh, Quatsch. Oh, shit. 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 Puh. Komm bitte nicht zu mir. Danke. Äh, ich habe keine Bandage. Ich glaube, ich blute geradeaus. Nicht sehr cool. Warte, komm her, komm her. Hab ich noch? Ne, ich hab auch nicht. Ich bin tot. Warum? Boah. Boah. Den treffe ich so nicht. Das Ganze voll knicken, Alter. Warte ich auch nicht. Hauptsache, die machen hier immer eben so'n scheiß Schneemannin, Alter. Ist eigentlich ganz cool. Von den Leuten. Hab ihn. Das waren Nuggets. Alter. Der schießt auf mich. Ich bin jetzt rechts von dir, ne? Wargame. Naja, ich seh dich. Ich seh dich ja. Du weißt ja. Auf jeden Fall nicht auf uns. Ne. Irgendwie nicht. Ich seh dich, Mann. Da oben im Wald. Wirklich. Ich hab ihn gekillt, Alter. Ganz alleine. Richtig krass war das. Hätt ihr immer sehen müssen. Hast du das aufgenommen? Ja. Geil. Guck ich mich später locker easy an, ey. Kennst du YouTube? Ist das nicht diese Videoplattform? Ne. Kann ich nicht. Ich hoffe das da hochzuladen. Machst du sowas? Ey, ich mach ganz, ne passt schon. Ne, das sind die gar nicht. Ah! 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 Ja, du musst hier. Dauer. Die Dinger sind so fucking OP, ne? Ich bin immerhin tot. Jungs, ihr müsst eigentlich mal in den Wald kommen. Oh, ich werd wieder beschossen. Mann! Er ist nicht so aggressiv. Kann ich den anschreiben? Irgendwas hat er gesehen. Vielleicht muss er ihn vorhalten. Mein Gott, Alter. Der ist so fucking overpowered, der Helikopter, ne? Wie er euch alle holt einfach. Er fliegt nur im Kreis. Ja, weil das Ding einfach fucking overpowered ist, ey. Hätte ich mal schon mal ne Base. Aber nein, ich hab mich ja wieder nicht drum gekümmert. Ich auch nicht. Was bringt ne Base? Ne Heli. Ne Heli. Ey, was ist denn das? Ich werde nur gekillt. Leute. Abonniert mich. Hört auf mich zu töten. Abonniert mich. Naja. Der hängt hier, Alter. Der hängt die Waffe bei ihm raus. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall, wo er sitzt. Warte. Ab ihn. Sehr geil. Denk dran, da ist nur einer gelandet bei der Feuerwehrstation unten, wo du bist, ne? An der unteren, echt? Ja, mit dem Fallschirm. Aua. Das ist aber schon jetzt ne paar, ne Minute vielleicht ein paar Stunden mehr. Acht Stunden ist das jetzt schon wieder her. Jo, der ist in der Feuerwehrstation. Boah, Alter, irgendwo von hinten. Hier ist was, hier ist was? Ja, aus dem Wald hier bei mir, aber ich kann nix machen. Ich hab, ich hab, ich hab einen Hasen tot. Ich hab einen Hasen down, Leute. Hase ist down. Boah, Alter. Ich hab den Typen, äh... Dings, ne? Feuerwehr. Ist doch egal, ich hab grad einen Hasen gekillt. Ja, nehm mit, Alter, fürs Feuer, Junge. Hab ich verdient. Boah, Alter, hab ich mir erschrocken. Alter, mach das übersteuert. Echt denn? Nein, überhaupt nicht. Alles gut. Wie das denn, Alter? Ja, mitm Mikrofon, schätze ich. Und... Gehkräfte. Gehkräfte hab ich genug. Alter, war das knapp schon wieder, Mann. Im grünen Gebäude da. Oh, er hat... Komm. Oh, shit. Hab den Spieler. Sehr schön. Liebt der andere noch? Weiß ich nicht, ich hab keinen anderen gesehen. Ja, der ist da beim Zelt. Der rennt hier rum. Bei welchem Zelt? Äh, bei der Einkommshalle. Äh... Ja. Hab ihn. Ich hab noch 500 Blut, Mann. Äh, Mann, da... Oh! Oh, bin tot. Von wo? Da rechts in der Halle. Von rechts, rechts in den Supermarkt. Bin tot, fuck! Ich bin hinter Stefan, ey. Na, wir ficken den Typen jetzt hier. Ey! Hey! 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 Minecraft! Hey! Yo! Typ! Typ! Hier! Ja! Hast du den? Hab dich gefragt, Digga! Just a prank! Just a prank, Bro! Just a prank, Bro! Ich! Mein Gott, du pisst, Zombie! Komm doch mal raus! Mach doch mal das Zombie weg! Komm doch mal raus! Ich bin da gerade dabei! Haha, aua! Hör auf, wie ich ihn anzugreifen will! Lass ganz gerade in Ruhe! Werden die Zombies haben dich nicht abonniert? Die müssen alle sterben! Locker easy, Alter! Richtige Mist! Aua! Da kommt einer hoch! Du bist tot! Ne, da ist einer im Raum von... Wo denn das jetzt? Er knallt eiskalt dahin, wo die waren! Die sind sofort tot, ne? Nö! Wir fahren da jetzt rein! Hab ich doch gesagt! Guck mal, der Typ, der ist im Zelt! So, abspringen! So, tot ist er! Du auch! Willst du mich anficken? Warum töten wir mich als erstes? Wir kommen! Wir sind gleich da! Ja! Kleinen Moment noch! Sofort! Wir sind da! Hier sind wir! Hier! Hoi! Vorsicht! Vorsicht! Lass mich hier... Oh, das war keine Absicht! Ey, der Fernock! Hahaha! Das war keine Absicht! Das war echt... Das war echt keine Absicht! Ich wollte dich gar nicht abknallen! Von rechts aus dem Wald kam was. Das ist von dir aus links, Stefan. Oh ja, er schießt immer noch rein, obwohl ich den Friendly-Wackler mache, ey! Was denn? Warte, ich will den Friendly-Wackler sehen! Oder bist du tot? Ne, ne, ich bin noch da! So, jetzt, jetzt mach den Friendly! Huuu! 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 Warte, wo bist du? Moment! Hier im Fenster! Huuu! 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 Wo bist du? Willst du mich in Insta töten? Huuu! 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 Hä? Wer ist denn noch bei euch, Alter? Das waren aber beide Mr. Ich hab Verzohlenstürme, du Mixer. Ist das geil. Da saß einfach einer auf der Treppe und fängt auf einmal an zu reden Bradley. Und ich komm da rein mit dem absoluten Zorn in den Geh. Das gibt's doch nicht. Wieso stehst du bei mir auf dem Dach? Was? Oh Gott! Warum ist denn der nicht gestorben? Oh, der steht da. Moment. Wer ist denn er hier? Irgendwie wagt das gerade alles. So, Freunde. Das war's für mich. Ich weiß nicht, was die anderen noch machen. Aber, ne. Mr. More Game. Vorbeischauen. Beim Steven vorbeischauen. Und so weiter und so fort. Alles natürlich verlinkt. Ich werde bald ein Profi sein. Dann bin ich besser als die anderen. Oh, da ist ein Fahrradfahrer. Warte. Okay, den treffe ich von hier nicht. Gut. Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Ansonsten jemand nicht. Haut da rein. Tschö. Tschö. Hauptsache wird einer voll in die Kniekehle geschossen und direkt das Bein gebrochen, ey. Tschö. Ja. Vielen Dank.